Das gab es jetzt leider nicht. Vielleicht gehe ich einmal quer wieder hoch und zu diesem SSS Market vielleicht haben die das. Es hat ja aufgehört zu regnet und ich habe ja jetzt so ein Regen-Cape. Das habe ich mir geholt für 100. Also 100 sind 1,250 irgendwie so. Die sind nicht so stabil wie das, was ich da hinten gesehen hatte, aber egal. Ich habe dieses Taschen-Regen-Cape dann doch nicht genommen, weil ich glaube, ich kriege das auch in meine Tasche rein. Man muss ja nicht alles doppelt und dreifach haben. Ich verliere das sowieso alles. Vielleicht habe ich ja noch einen zu Hause, auch noch. Wer weiß, wo der ist. Ich habe sogar eine Regenhose, aber die ist kaputt. Nein, nicht. Die hatte ich ja mal beim Salepa Saga gekauft. So sieht es aus. Dann gehen wir mal nochmal quer durch wieder und von da dann nach oben. aus. guck mal, der liegt ja da mitten auf der Straße, oh nein, aber der hat ein Halsband, der gehört zu einem der Lesen, okay, oder die haben ein Halsband umgemacht, damit er nicht eingefangen wird, das machen auch viele, damit die Tierfänger die Hunde nicht einfangen, sondern glauben, dass es halt ein Hund ist, der zu Hause hat, machen sie den Halsband um, damit er weiter auf der Straße bleibt und halt nicht die Tierheime kommt, ja, ja, so ist hier alles traurig, ich glaube schon, dass das ein Straßenhof ist, der ist auch neu, mal wieder schneiden, weil, wenn ich dann ab und zu mal so einen Cut mache, dann kommt aus irgendeiner Richtung Musik. Die Sonne ist schon wieder am Horizont zu sehen, aber es wird auch gleich dunkel werden, dauert nicht mehr lang, ich weiß nicht, anderthalb Stunden vielleicht noch, da könnte man auch noch mal gucken, aber ehrlich, ich gehe nicht so gerne so kleine Geschäfte rein, wenn da keiner ist, wenn da Leute drin sind, no problem, aber nicht, wenn da keiner drin ist, wir gehen nicht rein, dafür gehe ich mal hier rein und gucke nochmal, ob die die Gardine haben, die ich haben wollte, soll ich mal reingehen, ich gucke mal, der ist doch relativ groß, groß, nicht so klein, gucke ich mal nach der Quetsche. Das ist schön, die sitzen eigentlich auf der Pelle, ich hasse es sehr. Ah, hier mehr steht das, wie Schurwolle drin, Schwarzwelle. Ah, hier mehr steht das, wie Schurwolle drin, Schwarzwelle. Da hinten spricht jemand Deutsch, kannst du mal sehen. Mein Gott, ist das groß. Das hat man gar nicht gedacht, ne? Hat man gar nicht gedacht, ne? Achtung. Bis zum nächsten Mal. Dachung. Dachung. Weißt du mal jetzt? Dachung. 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 Okay. Das, was ich suche, finde ich nicht. Eine Quitsche. Eine Quitsche. Eine Quitsche, finde ich gut. Eine Quitsche. Das ist eine Quitsche. Das sind 30 Euro ungefähr. Das günstigste war, wie gesagt, 900 Euro. Hätte ich auch tatsächlich nehmen können, aber die sehen ehrlich nicht besonders hochwertig aus. Das sind halt Plastik und ich habe schon Angst, dass mir das kaputt geht. Und diese Metalldinge hat er auch für 1250 Euro. Also die Mann mit der Hand so, das sind auch schon wieder 40 Euro oder so. Ich wollte halt auch mal gucken. Noch kann ich mich dazu nicht entschließen. Vielleicht kommt das ja noch bei 101. Ich gucke noch mal nach dieser Gardine. Ich muss den zusammen festnehmen. Und die unten? Kann man da runter? Ja. Alles klar. Interessant. Das habe ich auch zum ersten Mal bei 101 gesehen, dass du ins Gelder geschossen hast für die Sonderposten. Ja. Der, ne? Ein gestickiges Schmackchen, ne? 300 Teller ist eigentlich mal nicht schlecht, ne? Und wie funktioniert das? Nein. So, das wollen wir nicht. Diese Paddinger da. Das ist ja mal interessant. Hier ist auch mal. Schau, mit der Hand, ne? Das ist... Nun ist weiter Muskelkraft gefragt. Das waren auch, glaube ich, eben keine Türken. Das hat sich so arabischem Akzent in dem Laden. Das waren wir wieder. Ja. Das waren wir wieder. Ja. Da habe ich aber nichts gefunden. Ja. 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 Das war's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.